Soll es eine Hoffnung sein, doch hör es doch schon ein Glauben. Traditionell beendet der Stadtchor Jefa das Brot für die Weltfest der Evangelischen Kirchengemeinde mit seinem Weihnachtskonzert. Der Chor sammelt Spenden für die Hilfsaktion. Mit den schönsten Weihnachts- und Adventsliedern aus aller Welt haben die Sängerinnen und Chorleiterin Tatjana Glatzer am Sonntag ihren Zuhörern eine sehr schöne Zeit bereitet.